Guten Abend beim Wetter. Für die einen haben die Semesterferien heute begonnen, für die anderen enden sie. Und es gibt ideales Skiwetter, wie zum Beispiel heute in Fiss in Tirol in 1400 Metern Höhe. Kaiserwetter. Und morgen, da am Samstag, da überwiegen die Wolken. Und zwar von Vorarlberg bis in die westliche Obersteiermark. Sonne gibt es in Osttirol bis nach Oberkärnten. Und es wird wieder ein kalter Tag. Die Werte liegen morgen so um den Gefrierpunkt. Aber am Sonntag, da scheint dann die meiste Zeit die Sonne. Und es wird wieder milder. Die Durchschnittswerte liegen am Nachmittag bei 5 Grad. Ab Montag geht es wieder mit den Temperaturen bergab. Der Schnee breitet sich aus. Und nach der Wochenmitte, am Donnerstag, strömt dann feuchtmilde Luft zu uns herein. Das bedeutet, es geht wieder mit den Temperaturen bergauf. Wir sehen uns am Montag wieder. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.